Hallihallo und herzlich Willkommen mal wieder zu einer Folge Overwatch. Warum nehme ich Overwatch auf? Eigentlich sollt ihr heute Bastion kommen. Na, worüber wir grad davon reden. Ähm, ganz einfach. Bastion habe ich aktuell sehr viele Probleme das auf meinem Computer aufzunehmen. Ich weiß nicht genau woran es liegt. Wenn ich das Problem finde, wird es wieder kommen. Ich werde schauen, dass ich das... Mein kompletter Computer stürzt einfach random ab. Manchmal, wenn ich das spiele. Und ich weiß nicht woran es liegt. Ich habe jetzt vor ein... Das führt dann halt letztendlich dazu, dass... Wir haben so ein Fankier, Leute. Das führt dann halt gerne mal dazu, dass wir... ...dass ich halt einen Level spiele. Und dann... Ich einen neuen Level anfange und dann die Aufnahme abstürzt. Und die Aufnahme weg ist. Aber den einen Level habe ich ja schon geschafft, weil es automatisch gespeichert wurde. Ihr versteht, was ich sagen möchte. Ich habe jetzt vor einfach jeden Level einzeln aufzunehmen, um das dann schluss zusammenzuschreiben. Aber es wird dann halt erstens noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und... Zweitens... Äh... Habe ich jetzt die nächsten Tage auch erstmal wenig Zeit, deswegen... Okay, ach komm. Nimm schnell drei Folgen Overwatch auf. Musst wenig drum machen. Besser als gar nichts. Und ja. Ach, schade. Ich wusste es doch, meine Augen. Komm. Ich kann immer gut, während die Wand hier steht, mein Ding ist wieder aufgestellt. Ach, die Diva. Die habe ich irgendwie komplett aus den Augen verloren. Hm. Ich weiß schon, wir werden wiederkommen, aber es dauert halt eine Weile. Perfekt. Wenn ihr könntet die Diva da oben mal loswerden. Kann man hier hochgehen? Nein. Machst du dagegen an, wer auch nochmal da oben ist? и Ein Kadern. Nein. Die Diva. lammer. Ich komme schlecht an, wer auch noch mal loswerden. Ich mache deine Herren. Ich mache dich voll. Gehe. Ich muss mich nicht nur hin. � Often nicht wieder. Ich mache dich jetzt nicht mehr. Wie ist das? Nein. Oh. Es ist egal. Ich hasse Warthog. Warum kann der sich gegen alles gegenheilen? Ich meine, kann es nicht wenigstens bei Besten sein, dass wenn er sich heilt und dann angegriffen wird, dass dann sein Heilhund unterbrochen ist? Ich wollte noch Q drücken und alle umhauen. Ja, wir haben ihn im Funk, glaube ich, verteidigen können. Der Reporter ist weg. Dann also wieder hinrennen. Es kommt übrigens demnächst ein cooler neuer Reinhard-Skin raus. Hm, ich weiß nicht, habt ihr schon diese Vorschots neuen Maps gesehen? Einzige Seite. Da muss man ja von diesem Anführer der Crusader-Einheit die Rüstung am Ende quasi gestatten. Und diese Rüstung kann man jetzt auch demnächst als Legendary-Skin mitnehmen. Die Mails habe ich dir noch erwischt. Nein, habe ich nicht. Die Mails hat dir noch erwischt. Naja. Hat ein Gefallen auch schon eine Sache? Habe ich die am Anfang übersehen? Perfekt. growing. Viel. Ver consuming. Taps. Hoi... Hoi... know... ver purpose. Hoi... 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 Das ist für eine Anna sehr gut. Ich überlege übrigens, ob ich mir tatsächlich noch mal ein paar Summer Games Lootboxes zum Abschluss holen möchte. Es gibt schon noch so ein oder zwei Sachen, die ich noch nicht habe, die ich gerne hätte. Ich habe jetzt übrigens hier diesen Korea Diva Skin, den finde ich auch sehr schick. Ich glaube, wenn wir eine Anna haben, ist ein Lucio besser. Dann kann ich nämlich hier alles in allem alle heilen und Anna kann sich dann halt auf einen kompistieren. I'm in. Und gleich geht's los. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Also da oben ist Farah. Und dahinter sind sie alle. Haben die 2 Symmetras? Ich glaube ja. Okay, da will ich nicht durch. Okay. Okay. Das scheint gut zu laufen. Warum muss da auch ein Zorn im Ding sein? Ich glaube nicht, dass wir spawnen können. Das ist ein Zorn im Ding. Dafür, dass wir zwei Symmetras hatten, sind wir in wenig Trittoritz gelaufen. Verdammt. Verdammt. Oh, das ist meine Jam. Das ist nicht richtig. Ich bin bereit für die Sound Barriere. Not in the hall. I dumped. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob wir noch viel überrängen sind, wenn wir jetzt kommen. Naja, ich bleib trotzdem bei Ihnen. Acknowledged. This will help. My ultimate is charging. My ultimate is charging. My ultimate is charging. Nice. Check it out. Ultimate ready. Let's break it down very well. Let's break it down. 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 Verdammt. So, dann warte ich jetzt noch ein Wort ab. So, dann warte ich schon mal irgendwo. So, dann warte ich schon mal. 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 So, dann warte ich schon mal jemand helfen. Bitte. So, dann warte ich schon mal. 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 Und wieder rein. So, dann warte ich schon mal. Ich glaube, ich glaube, ich werde nicht mehr so gut gehen. Na gut. Schade. War aber ne knappe Runde. Ah. Play of the game. Für das Play of the game am Ende. So. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt zwei oder drei Folgen Overwatch und danach kommt hoffentlich wieder Bastion. Bis zum nächsten Mal.